Die Rosiden sind eine Gruppe von bedecksamigen Pflanzen, sie sind eine der zwei großen Gruppen innerhalb der Eudicotiledonen. Nach der Systematik der Angiospemphylogeni-Group sind sie kein eigenes Taxon und entsprechen vom Umfang her ungefähr der früheren Unterklasse. Rosenähnliche Merkmale Die Rosiden sind im Wesentlichen durch molekulargenetische Merkmale charakterisiert und es gibt nur wenige morphologische gemeinsame Merkmale. Ihre Blüten besitzen meist eine doppelte Blütenhülle aus Kelch und Krone, wobei die Kronenblätter häufig nicht verwachsen sind. Außerdem sind zwei Staubblattkreise vorhanden oder das Androzeum ist sekundär nach innen oder außen vermehrt. Das Gynohyzeum ist vielfach septiert, die Samenanlagen sind Cassinucelat, besitzen zwei Integumente und das Endosperm wird nukleär gebildet. An der Basis der Blüten befinden sich oft Discus nektarin. Systematik Die Rosiden bilden innerhalb der Eudicotylidonen die Hauptgruppe der Super-Rosiden, die sie zusammen mit den Saxifragales bilden. Sie bestehen aus zwei Gruppen von Ordnungen und einer Basal stehenden Ordnung. Ein Kladogramm sieht folgendermaßen aus Rosiden Vitalis. Farbiden Die Farbiden sind nur durch molekulargenetische Merkmale definiert. Morphologische Synapomorphien sind bis jetzt nicht definiert. Zu den Farbiden zählen folgende Ordnungen. Zygophilales Farbales Rosales Pagales Kukorbitales Selastrales Oxalidales Malpigiales Das Kladogramm der Farbiden sieht folgendermaßen aus. Malwiden Die Malwiden sind durch ein Gynohyzeum mit einfachen Griffeln gekennzeichnet. Ihre Samen verfügen meist nur über sehr wenig Endosperm. Zu den Malwiden zählen folgende Ordnungen. Geraniales Myrtales Krossosomatales Picamiales Hörteales Sapindates Malvales Brassicales Das Kladogramm der Malwiden sieht folgendermaßen aus.